Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zuerst einmal feststellen, dass ich überaus glücklich und zufrieden bin, dass wir es geschafft haben, über alle Parteigrenzen hinweg in dieser Sache im Ausschuss für Jugend, Familie und Bildung einen einstimmigen Beschluss heute vorzulegen. Ich danke insbesondere dem Kollegen Fabio Reinhardt und gebe das Dank damit zurück und meinem Fraktionskollegen, Fraktionskollegen und Vorsitzenden Rat Saleh, deren politische Initiative dies überhaupt erst ermöglicht gemacht hat. Ein solcher einstimmiger Beschluss, das ist leider in diesem Parlament keine Selbstverständlichkeit und bei dem Thema Flüchtlinge wurde in der Vergangenheit von den unterschiedlichen politischen Kräften dieser Stadt dieses Thema oftmals auch politisch instrumentalisiert. Dieser Beschluss jedoch zeigt es, dass es vielen Abgeordneten hier in diesem Haus zuallererst um das Wohl der Menschen und vor allem der Kinder, die in unsere Stadt kommen, geht. Das finde ich sehr richtig. In der Sache besteht sehr großer Handlungsbedarf. Die Zahl der Asylanträge in Berlin ist von 9.500 im Jahre 2012 auf 18.500 im Jahre 2013 angestiegen. Das bedeutet eine Verdopplung der Fallzahlen. In den Berliner Flüchtlingsunterkünften haben sich fast auf den Tag genau, wenn man die Zahlen nimmt, vor einem Jahr 1.893 Kinder aufgehalten. Es ist davon auszugehen, dass es bis zum heutigen Tag auf keinen Fall weniger geworden sind. Von diesen Kindern waren damals allein 861 im Kindesalter, im Kita-Alter, also unter sechs Jahren. Wir haben gesehen, dass von dieser Anzahl eine wirklich nur verschwindet, eine kleine Zahl von sechs Prozent überhaupt eine Kita besucht. Und nun, das sehen wir, ist dramatisch und wir wollen auch, dass sich hier dran etwas ändert. Zuerst müssen wir uns natürlich angucken und das haben wir gemeinsam getan im Ausschuss. Woran liegt das? Nach dem Ablauf der dreimonatigen Asyl-Erstaufnahmefrist gibt es einen bundesgesetzlichen Rechtsanspruch auf eine bedarfsgerechte Betreuung in einer Kindertagseinrichtung. Eine Versorgungslücke besteht nicht. Platzmangel ist also nicht der erste Grund, den wir annehmen müssen, warum die Inanspruchnahme von Kita-Plätzen genau in dieser Gruppe viel zu wichtig ist. Meiner Ansicht nach bestehen, das hat sich im Ausschuss auch gezeigt, fünf Gründe dafür, diese sozusagen zu haben. Der erste Grund, und das ist der, den man am leichtsten rausnehmen kann aus der Statistik, die Asyl-Erstaufnahmefrist von drei Monaten ist zu dem Zeitpunkt der Erhebung noch nicht abgeschlossen. Das ist eine statistische Größe, die können wir in diesem Fall dann beiseiten lassen. Der zweite Grund, aufgrund der besonderen Lebenslage nach einer Flucht und der dabei oft erlittenen traumatischen Erlebnisse benötigen die Familien häufig mehr Zeit, bis sich die Eltern für den Kita-Besuch und der Kinder entschieden haben. In diesem Fall müssen wir darauf hoffen, dass die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vor Ort in den Flüchtlingsunterkünften bei diesem Prozess der Eingewöhnung helfen. Die unübersichtliche Zuständigkeitsregelung der Jugendämter aber ist etwas, was wir sehr wohl ändern können und was wir mit diesem Antrag auch ändern wollen. Die oftmals kulturell bedingte Distanz werden wir, zumindest per Gesetz, nicht schnell ändern können. Und nein, und das möchte ich als fünften Punkt hier mit aufzählen in meiner Rede, es ist nicht so, dass sobald die Nachfrage dann besteht, auch wirklich ein Platz da ist. Wir haben in Berlin das Problem, dass wir mehr Plätze brauchen und einen steigenden Bedarf haben. Wir werden dafür mehr Geld ausgeben müssen. Der Finanzsenator ist heute nicht da, aber ich vermute, Herr Feiler wird das gerne mit übernehmen. Wenn ich den Schlagzeilen einer großen Berliner Boulevardzeitung glauben darf, haben wir sprudelnde Steuereinnahmen. Seien Sie sich gewiss, in Vertretung, meine Fraktion wird darauf achten, dass dieses Geld auch in die Zukunftsaufgaben dieser Stadt investiert wird. Das heißt aus meiner Sicht Geld für den Ausbau von Kita und auch vor allen Dingen die Qualitätsentwicklung. Ich hatte es gesagt, dass Herr Nussbaum nicht da ist. Ich hätte Herrn Nussbaum es auch gerne selber gesagt. Ich werde es Ihnen, wenn Sie möchten, das Protokoll zuschicken. Das ist kein Problem. Bei den letzten drei Punkten sehen wir hier in diesem Antrag einiges, was bereits erreicht wird und vor allen Dingen, was wir machen können. Die mehrsprachige Information und das Angebot in diesem Fall zu verbessern ist eine wichtige Sache, die wir gemeinsam vergehen möchten. Ich möchte ergänzen, dass wir in diesem Fall erst am Anfang stehen. Wir werden mehr Kulturmittler brauchen in den Flüchtlingseinkünften. Auch das kostet Geld. Ich bin der Meinung, wir sollten uns auch Gedanken darüber machen, inwieweit wir die Eltern, die ihre Kinder in die Kita schicken, zum Beispiel von der Zuzahlung fürs Mittagessen freimachen müssen. Aber auch das wird in der Haushaltsberatung zuberant sein. Am Ende bleibt mir zu sagen, kein Kind bleibt zurück. Und das heißt zumindest für mich, es muss auch mehr Geld für die Jugend geben. Ich danke Ihnen.